Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und diesmal sprechen wir über YouTube. Einige Änderungen wurden auf der Homepage durchgeführt und wie wir bereits sehen, habe ich schon das neue Beta-Design der Startseite angenommen. Das sieht so aus, um das Ganze durchführen zu können, muss man auf eine bestimmte Seite gehen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, aber bevor ihr jetzt da drauf klickt und das Ganze durchführt, müsst ihr wissen, dass man diese Funktion nicht mehr rückgängig machen kann. Man hat wohl auf der Homepage von YouTube so einige Infos angegeben, dass es da irgendwie einen Zurück-Button geben sollte, aber den gibt es zur Zeit nicht. Vielleicht wird ja noch hinzugefügt, wie auch immer. Auf jeden Fall muss man ja irgendwann das Beta-Design annehmen. Von daher, um dieses Design zu bekommen, muss man auf die Seite gehen, youtube.com slash homepage unterstrich experiment. Dann klickt man hier in Go for it und dann kommt man zu der neuen Startseite und hat sie immer so gespeichert. Schauen wir mal, was wir hier neu haben. Wir haben einmal hier, finde deine Freunde bei YouTube. Dieses Modul, was vorher bei mir nicht da war, ist jetzt hier. Dann haben wir hier oben zwei Schalter, alle Aktivitäten und Abo-Uploads. Hier links ist dann unser Channel und sehen, wie viele neue Kommentare wir haben. Hier ist der Name von unserem Channel, können draufklicken und kommen dort dann auf unseren Kanal. Benutzt gleich auch mit dem Symbol. Wenn wir jetzt runter scrollen, ich bin hier gerade auf Abo-Uploads, sehen wir schon, dass wir hier sehen, welche Abonnenten welche Videos hochgeladen haben. Wenn wir uns jetzt ein Video zum Beispiel hier mal anschauen, ich klicke mal auf, sagen wir mal auf dies hier. Sag ich mir, okay, das habe ich mir jetzt angeguckt, gehe wieder zurück und sehe dann, dass das Ganze hier ausgegraut wird. Dann wissen wir, dass wir dieses Video gesehen haben. Und wenn ihr zum Beispiel einer mehrere Videos hochgeladen hat, werden die nicht untereinander aufgelistet, sondern nebeneinander. Damit man einen besseren Überblick hat. Hier unten kommt man natürlich wieder auf mehr, weil YouTube mal wieder diesen Button dahin zugefügt hat, weil damit nicht so viel geladen werden muss. Dann gehen wir auf alle Aktivitäten. Hier sehen wir einfach alle Aktivitäten, die durchgeführt wurden von unseren Abonnenten und Freunden. Das ist jetzt nicht meiner Meinung nach so interessant. Dort sieht man dann alles mögliche, empfohlene Videos, wer was empfohlen hat, wer was favorisiert hat, wo kommentiert hat und weiteres. Das war es zur neuen Startseite, noch zur alten Startseite. Wenn ihr noch die alte Startseite habt und ihr verändert die Module, dann ist hier oben so ein Button, steht irgendwie Module verändern. Könnt ihr ankreuzen, welche Module ihr haben wollt. Dann werden bei euch die Kommentare verschwinden. Das ist ja so ein, ihr habt ja hier so einen Bereich, wo die Kommentare, die Freundeseinladung und ähnliches angezeigt werden. Denn dieses verschwindet dann und wenn das Modul wieder aktiviert ist, ist es nicht wieder da. Das ist zur Zeit ein kleiner Bug. Also wenn ihr die alte Startseite noch haben wollt und die Kommentare noch angezeigt haben wollt, die ihr neu habt, dann solltet ihr nicht an den Modulen rumspielen. Dann gehen wir mal auf irgendein Video hier und gucken uns noch neue Funktionen an. Gehen wir mal hier. Und zwar zu den Kommentaren, wie wir schon hier sehen. Die Kommentare sehen anders aus. Die Kommentare sind kleiner geworden, wesentlich kleiner und die Namen sind nach unten gerutscht unter das Kommentar. Geschmackssache, alles etwas übersichtlicher jetzt. Dann können wir hier wieder rüberfahren, ganz normal öffnet sich wieder dieser Bereich, wird so grau und können dann hier auf Antworten gehen und können auf diesen Pfeil klicken. Können jetzt ganz hier weiterleiten als Spam-Meldung bei unseren eigenen Kommentaren, die wir können natürlich auch löschen und entfernen und blocken. Gehen wir hier auf die Startseite und gehen mal hier auf meine Videos. Klicken einfach mal hier irgendein Video an, dieses zum Beispiel. Und sehen dann das Ganze nochmal hier mit mehreren Kommentaren, wie das Ganze dann aussieht. Dann gab es noch Änderungen bei den Anmerkungen. Wenn ich jetzt hier auf Anmerkungen bearbeiten gehe, sehen wir schon, dass bei den Anmerkungen hier rechts das Ganze verändert wurde. Hier unten, die Timeline ist gleich wieder. Aber wenn ich jetzt auf Anmerkungen hinzufügen klicke, kann ich hier ganz normal Anmerkungen hinzufügen, zum Beispiel eine Sprechblase. Die habe ich jetzt hier und könnte jetzt hier rechts verschiedene Einstellungen vornehmen. Hier in diesem Bereich könnte ich einen Text eingeben, der dann automatisch hier übertragen wird. Hier unten kann ich die Größe von 12 bis 18 einstellen. Hier die Farbe der Schrift, zum Beispiel gelb. Und hier den Hintergrund der Sprechblase, zum Beispiel rot. Timeline hier natürlich, auf welchen Bereich des Videos in der Timeline soll diese Sprechblase sein. Wir können zum Beispiel eingeben, hier von 1 Minute bis 2 Minuten oder wie auch immer. Wenn wir einen Link hinzufügen möchten, das heißt, wenn wir hier draufklicken, wie wir irgendeinen Link geöffnet, dann klicken wir auf Link. Wir können hier auswählen, ob das ein Video, Playlist, Kanal, Abonnieren und so weiter sein wird. Das sollte bekannt sein. Soweit zu den neuen Anmerkungen. Gehen wir mal wieder auf die Startseite und suchen uns mal noch ein Video wieder raus. Wir können einfach dieses hier nochmal nehmen. Und wenn wir jetzt hier oben schauen, sehen wir, dass hier so ein neues Symbol ist. Und zwar hier dieses Abonnieren. Das ist so ein Häkchen. Das bedeutet, dass ich diesen YouTuber abonniert habe. Wenn ich jetzt hier mal draufklicke, sehe ich, dass was hier was Neues öffnet. Und zwar kann ich jetzt die Uploads, die er hochlädt, mir per E-Mail benachrichtigen lassen. Das bedeutet, wenn jemand nicht oft auf YouTube ist, warum auch immer auf der Startseite. Oder es gibt ja auch einige Uploads, die einfach nicht angezeigt werden. Ist ja neuerdings auch bei YouTube so. Auf jeden Fall bei mir so. Dann macht man da ein Häkchen rein und bekommt automatisch eine E-Mail, wenn dieser User ein neues Video hochlädt. Schon eine Erneuerung und könnte auch ziemlich nützlich sein. Und man kann jetzt auch hier das Abo beenden. Das heißt, man muss nicht extra auf den Kanal gehen und dann irgendwas einstellen und irgendwo draufklicken. Sondern klickt einfach hier auf Abo beenden und das Abo wurde gelöscht. Druck auf die Startseite. Dann gibt es noch was Neues zu Videos hochladen. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall, weil ich Partner bin, aber alle nicht Partner. Bestimmte können unbegrenzt Videos hochladen. Das ist bei einigen nur so. Ich weiß nicht, ob das nach Upload, Aufrufen oder Abonnentenzahl geht. Auf jeden Fall auf meinen anderen Stellen kann ich das überall machen. Und die haben auch nicht so viele Abonnenten. Man kann jetzt, ich weiß gar nicht, zwei, drei Stunden Videos hochladen. Ich darf man maximal nicht über eine bestimmte Gigabyte Größe überschreiten. Und das ist jetzt auch möglich. Hier sieht man ja auch erweiterter Video Upload. Größer als zwei Gigabyte. Auf jeden Fall ist dies jetzt auch möglich. Das heißt, dieses Feature mit mehr bzw. längeren Videos hochladen haben jetzt nicht nur Partner, sondern fast jede. Und dann sollten bald ja auch neue Partner-Features auftauchen. Zum Beispiel dieser Livestream, der bald eingeführt werden soll, dass alle, die Partner sind, Livestreams auf ihren Kanal machen können. Das hört sich auch ziemlich interessant an. Mal schauen, ob das bald kommt. Und das waren die neuen Erneuerungen von YouTube. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Das Aussehen und so weiter. Ob euch das Ganze gefällt oder ihr einfach das Ganze nur bescheiden findet. Oder schreibt es bzw. schreibt einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und über einen Daumen hoch, Bewertung und natürlich ein Abo würde ich mich freuen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.